Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Super Mario Party auf Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und nein, heute geht es immer noch nicht mit Online weiter. Ich will erst die ganzen Minispiele kennenlernen. Die ersten, ich sag jetzt mal 16, haben wir kennengelernt oder 17 sogar. Wir hatten ja vorher schon ein paar kennengelernt. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und dann schauen wir mal, was es noch so für lustige Spiele gibt. Fisch für den Rögen. Das klingt auch schon wieder ganz witzig. Schauen wir mal. Okay. L und R gedrückt halten. Leichter Schwung, niedrig, ruckartiger Schwung, hoch. L und R. L schräg schräg R. Okay. Okay. Habs verstanden. Na denn? Hallo? Hä? Ende! Ach, naja. Na gut, der Gegner ist jetzt nicht so hoch eingestellt. Hey! Dann will ich erst mal das Spiel kennenlernen, ne? Wie gesagt. Und wir kassieren Spielebonuspunkte. Keine Ahnung, was es uns bringen wird. In Zukunft, keine Ahnung. Was soll man noch? Dieses Land soll mein sein. Oh, es sieht wieder so nach Stempeln aus. Ausfängen, Charakter sind Burbel wegen. Das größte Feld im Besitz. Identifiziere das Feld mit der größten Fläche und sichere es dir vor den anderen. Okay. Ich glaube, das Grüne. Naja. Okay. Prinzip verstanden. Alles klar. Dann wollen wir mal. Oh, ich sehe erschrecklich aus so. Oh, nee. So schon mal gar nicht. Ähm. Ah, so ein Mist. Hm. Schau, wieder ein Zweiter. Das gibt's noch nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir mal das. Aber ich glaube, eher gelbe. Ja. Ha, meins. Juhu. Geht doch. Oh, so ein Mist. Schon wieder ein Zweiter. Nein! Die hat einen Punkt mehr. Gewonnen! Ja, das ist aber auch alles wirklich knapp bemessen, ey. Immer ein... Also, es geht immer ein Feld mehr als das andere. Also kann man sehr schwer heraussehen. Wahnsinn. Okay. Nehmen wir das nächste. Kein kleiner Fisch. Okay. 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 Danke, muss man stärkst wie Priod und ich hatte wohl den stärksten Fisch. Okay, dann wollen wir mal. Oh, du Jorji. Jorji klingt echt süß. Na, die hat doch jetzt eigentlich schon verloren, oder? Ich hatte aber auch nur den größten, weil ich glaube, ich als erstes den großen gefunden habe. Okay. Das nächste Minispiel. Was haben wir da? Vibrationswahl. Oha. Was am stärksten vibriert wahrscheinlich, ne? Anhand der Vibrationen die Antwort finden. Fühlt ihr Unterschied bei drei Vibrationssequenzen? Wer zuerst korrekt antwortet, hält die meisten Punkte. Okay. Vibrationen fügen, Charaktersymbol bewegen. Na, dann wollen wir mal. Okay, interessant. Wie cool. Wie cool. Wow! 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 Allein, dass es schon zweimal war, das hat's doch... ...hat's doch schon irgendwie... ...gesagt. Okay. Ist ja geil. Ja! 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 Letzte Runde! Ja! Oh! Na gut! Oh, grad so noch gewonnen hier! Ja! Gewonnen! Das fand ich jetzt echt schwer, das auseinander zu halten. Der mittlere war zwar am kürzesten von der Vibration her, aber die linken... ...den linken und das rechte, also der Kavum... ...oder... ...wie heißt denn der Stein der von Himmelfeld? Ich hab keine Ahnung mehr. Das konnte man echt schlecht auseinander halten. Ordentlich Geld schaufeln! Was muss man hier machen? Was muss man hier machen? Beginnst du gerade, wenn du die Vibration am stärksten spielst? Was? ...wie... ...wie der watscht? ...okay... ...die ich hab's verstanden... ...da machen wir mal! Start! Mist. Ah, eins. War super. Oh, da unten wäre noch ein Schatz gewesen, da oben rechts zwei Stück. Okay. Was haben wir hier? Wohlstand in den Wolken. Die meisten Münzen einsahen. Wenn zwei Spieler auf dieselbe Wolken springen, erhalten beide keine Münzen. Hä, okay. Fast schon so ein reines Glücksspiel. Start! Jawohl! Jawohl! Muuu! Hahaha. Oh, fünf. nein ach nehmen wir mal die mitte mal schauen okay nein ich habe trotzdem gewonnen glück gehabt man denkt sich immer da wo die meisten minzen geht liegen da will natürlich jeder hin also nimmt man die wieder was anderes aber das macht denken natürlich die anderen auch nur nicht herumkrebsen okay einer gegen drei ein spiel nach links rechts ausweichen okay verstanden na toll alle gegen mich okay okay Ich bin's. Hm. Simpel, wenn man da alleine ist. Finde ich persönlich zumindest. Okay, nächstes Minispiel. Was haben wir noch so im Angebot? Bissiger Buxierer. Aha. Oh, das ist aber nicht leicht. Okay. Okay, alles klar. Ist nicht leicht zu lenken, aber es funktioniert. Oh, das war knapp. Hier war es schon ein bisschen schwieriger vor 1 gegen 3 als vorhin bei dem einen Minispiel. Jetzt kommen die ganzen 1 gegen 3 Spiele. Saubere Arbeit. Hm. Bewegen. Saugen wir mal um die Wette. Cool. Außenweg. Außenweg. Aber ich habe glaube ich trotzdem mehr. Flusen. Ja, Mann. Ja, Mann. Einerseits ist es schon mies, dass da drei Stöcke in eins reinzusaugen und eine allein. Einerseits der, der allein ist, kann die Richtung komplett allein bestimmen, während die drei anderen drei Stöcke eventuell in eine andere Richtung ziehen und dadurch natürlich nicht vom Fleck kommen. Cool. So, im nächsten Tag geht es weiter mit Packen des Duells. Huh, keine Ahnung was es ist. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Denn das war es jetzt wieder mit diesem Teil von Mario, äh Super Mario Party auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöher, gern besser als Hobby und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Die vier Sekunden. Äh, da unten. Bis zum nächsten Mal.